So, willkommen zurück zu League of Legends. Ich befinde mich immer noch auf dem PBSer und stelle euch heute den Captain Volibear Skin vor. Und ja, der kommt zusammen mit ein paar anderen Skins raus, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und zuerst kommen wir zu den E-Mods und dann kommen wir natürlich zu den Spells. So, das waren einmal die E-Mods und jetzt kommen wir zu den Spells. Fangen wir mit dem Q an, der Rolling Thunder. Sieht immer noch genauso aus. Dann der W. Das Zubeißen. Zack, auch da hat sich nichts getan. Und dann haben wir noch den Majestic Roar. Die Gegner sind immer noch gleich geführt. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch natürlich hier auf der Lane die Ultimate. Und zwar die Thunderclaws. Auch die haben sich nicht verändert. Sind immer noch genau gleich geblieben. Man muss aber dazu sagen, dass der Skin sich, dass es sich bei dem Skin um einen Skin handelt, der auch wohl 750, 750 RP kosten wird. Und dementsprechend, ja, kann man da nicht allzu viel erwarten, finde ich, vom Preis her ist es eigentlich ganz okay. Ich finde der Volibear Skin hat vom Aussehen wirklich Swag. Und ja, gefällt mir sehr gut. Todesanimation, schauen wir uns auch noch mal an. Zack, das war's. Und ja, für euch gilt natürlich wie immer, schreibt mir fleißig in die Kommentare alles rein, was ihr zu dem Skin sagt, wie ihr den Skin findet. Ob ihr meint, 750 RP ist genau richtig oder ob ihr sagt, nee, der ist sogar ein bisschen zu teuer für nur dieses äußere Change. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder mit dem Recall und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sagen, haut rein! Danke! 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 Untertitelung des ZDF, 2020